Herzlich willkommen Freunde, wir sind heute wieder auf den Enduro-Bikes unterwegs. Yannick ist mit dabei. Hi. Wir gehen jetzt Trills nach unten hier. Viel Spaß. Ja, wir sind jetzt wieder auf den Enduro-Bikes unterwegs. Jonas, gib ihm! Doch, ey! Scheiße! Das ist einfach... Woh! 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 Alter, gibt da einen Schlag? Was? Woh! Ey, ich hab gedacht, ich lauf dann aus, ne? Also, ich hab die Kurve weggeflügt! Julian, soll ich mal vorfahren? Willst vorfahren? Okay, mach aber bitte Scheiße! Nein! Oh! Woh! Nein! Woh! 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 Ah, ich hab den Fieg verschluckt! Woh! Junge, ich so ne Scheiß Fliege in meine Nase rein! Die kam aus dem Mund wieder raus! Ah! Machen wir mal ein Bandjob da drüber! Oh Gott! Ja! Oh, jetzt sind die garass! Ah, mein Rahmen. Ah, ich seh nix mehr. Geh weg, geh weg, geh weg! Ah, ich seh nix mehr. Ah, ich seh nix mehr. Ah, ich seh nix mehr. Boah, schief! Nein. Danke. Sorg. Ich hab gedacht, jetzt macht das ODB. Oh, ich seh nix mehr. 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 Oh. Tag. 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 immun. Tag. Oho! Alter! Wauw Bis zum nächsten Mal.